ja ihr lieben hallo ja wir wissen nicht wann dieses video online kommen wird auf meinem youtube kanal aber wir können euch sagen heute ist der vierte august und ich hatte vor ein paar tagen ein video hochgeladen dass ich oder dass wir eine kurze auszeit nehmen und bald möglichst wieder da sind vielleicht habt ihr auch gemerkt dass wir beide unsere fotos archiviert haben und nicht mehr so zusammen im internet vertreten sind denn das alles hat einen grund einen schönen grund auch wie ihr vielleicht auch merkt sind wir nicht zu hause wir sind nämlich auf mallorca also wir beide sind bei einem neuen tv format dabei weswegen wir halt online als single auftreten sollten so weit wie es geht also wir sollten jetzt nicht explizit sagen ja ich bin jetzt single wir sollten einfach nur alle spuren sozusagen verwischen und das haben wir gemacht und deswegen habt ihr jetzt so lange nichts von uns beiden gesehen wir achten halt oder haben die ganze zeit darauf geachtet nicht zusammen irgendwo zu sein oder auch zum beispiel instagram stories zu machen von den gleichen orten ich hoffe das ist uns ganz gut gelungen aber jetzt seit wann machen wir das zwei wochen musste auch alle youtube videos archivieren und ja weil in der show ist es ja so dass die leute also die zuschauer auch mitraten müssen wer ist verkappelt du hast noch gar nichts von der show erzählt und erst mal erzählen welcher show wir wissen noch gar nicht wie die heißt auf jeden fall hoffen wir wir haben es gut gemacht mit den spuren verwischen aber wie gesagt seit zwei wochen machen wir das jetzt und es haben schon sehr viele gefragt ob alles in ordnung ist und so und wir durften halt auch nicht so irgendwie darauf eingehen oder ja wir dürfen kein ja oder nein sagen halt sagen ja ich mache jetzt mehr mietcontent und so aber viele von euch haben es gemerkt und haben sich sorgen gemacht ob alles okay ist zwischen uns ja es ist noch alles okay zwischen uns und es wird auch weiterhin so sein und es läuft auch alles und wenn wir wieder da sind ende august läuft der umzug dann auch weiter und ja wahrscheinlich werdet ihr bisher hin jetzt auch nur videos von mir gesehen haben also noch paar monate ja wir wissen auch noch nicht wann die ausstrahlung ist aber jetzt wenn ihr das video seht wird die ausstrahlung sein oder schon gewesen sein da müsste jetzt theoretisch bei euch ende herbst sein oder herbst oder sind ja wir haben uns gesagt herbst winter ja mit wahrscheinlich ausgestrahlt wir hoffen natürlich umso früher desto besser damit wir auch wieder zusammen zu sehen sein können na ja auf jeden fall sind wir in so einer show da sind single single männer und männer mit einer partnerin ja welche shows genau ist das habt ihr ja dann schon gesehen im fernsehen und wir sind total aufgeregt wir hoffen dass wir es gut machen dass wir es gut hinkriegen dass wir weit kommen und ja sind gespannt wie das danach so weitergeht aber sind auch wirklich total gespannt auf die show wie das da so ist heute ist mittwoch und am samstag hat schon danach sagt okay morgen soll es samstags als für ermine losgehen und sonntag für mich und ja wir sind total gespannt und wir sind auch die ganze zeit getrennt gewesen noch nie so lange ja und bedenkt das war alles nur ein spiel und ich musste sozusagen ein spiel spielen also nicht irgendwie etwas falsch deuten vorher natürlich alles hier abgeklärt und das geht natürlich auch hoffentlich haben wir gewonnen um eine menge kohle ja wir sind echt gespannt wie weit wir kommen natürlich wenn wir uns freuen zu gewinnen auf jeden fall sind wir montag nach mallorca verreist und sind jetzt hier in einem hotel in einem appartement in quarantäne man darf halt auch nicht raus weil quarantäne halt damit man kein corona kriegt damit die ganzen leute die in der show mit werken dann auch corona frei sind ja also man wird hier richtig eingesperrt wir haben cooles appartement zwei zimmer und eine terrasse eine küche ich zeige euch das gleich mal wir hatten gehofft aber wir können uns hier nur auf terrasse schön bräunen aber leider haben wir so eine terrasse die ganz schön hohe wände hat und man kann nachmittags sich auf dem stuhl ein bisschen setzen ja das ist nur ein kleiner streifen man muss dann immer so mitgehen wir haben zum glück deutsches fernsehen laptop dabei wir dürfen auch noch in der quarantänezeit an unseren handys sein also haben wir da echt glück es gibt auch andere sachen wo es strenger ist ne und ja wir mussten also wir haben so viele termine jetzt gab in letzter zeit auch mit anzieh sachen ja man lernt ganz viele leute kennen und die sind auch alle total nett ist echt eine coole zeit nur ja so und jetzt zeigen wir euch mal wo wir hier wohnen in der quarantäne das ist unser appartement hier hier ist unsere küche ist halt auch cool dadurch dass wir in quarantäne sind und nichts machen dürfen geben wir sozusagen immer unsere einkaufsliste weiter und die besorgen uns alles was wir wollen und wir essen ja die ganze zeit so richtig köstlich dürfen einkaufsliste abgeben und wir kriegen dann wenn wir wieder was brauchen kriegen wir die sachen halt vor die tür gestellt und müssen nicht einkaufen gehen das richtig praktisch wir haben hier ein kleines kochfeld hier zum spüren hier ist unser kühlschrank und wie gesagt wir können da bestellen worauf wir bock haben ja das wird dann geliefert ganz viel obst und gemüse hier ist unser tisch das müssen wir noch alles kleben alle marken abkleben abkleben mein schminkzeug hatte ich abgeklebt meine schuhe muss ich noch abkleben weil man da die die marke sieht auf jeden fall haben wir hier unseren fernsehen hier habe ich meinen ganzen schmuck einmal ausgebreitet hier ist noch mal so doppel eine aufziehbare couch mit zwei matratzen hier ist unsere kleine terrasse am flughafen darf man uns doch so war eigentlich bräuchte man ich hier so richtig habe ich mir das hier geholt ja und wenn ich sage was ich mir geholt habe zeige ich euch blumen und pflanzen ideen und deko tipps für wohnung balkon terrasse und garten und immun bleiben ja habe ich alles schon im flugzeug gelesen also ich bin gar nicht hier wofür es eigentlich gedacht war und ja hier unser balkon der ist richtig und ja die sonne kontrollieren in meint an sich nur hinstellen und hier ist alles schatten später kommt die sonne wie gesagt als kleiner streifen hier hin naja wir wollen mal nicht meckern wir können auf höchsten niveau so schönes hier ausschauen wir finden auch ein sehr schönes hotel sind übrigens in blau unterreiner resaar mehr blicken wir leider nicht das näher ist da hinten aber wir sind trotzdem happy ist alles schön gekommen auch ein bisschen runter es tut auch ganz gut hier sind meine schuhe für die show und hier ist unser schlafzimmer und unser ballzimmer heute habe ich wettwäsche gewechselt hier darf auch keiner reinkommen zum sauber machen wie gesagt quarantäne am anfang gegen der fernseher nicht das ist natürlich schon echt scheiße wenn man in quarantäne ist und dann kam auch ein techniker und die haben dann immer alle handschuhe und maske und danach also wir müssen in anderen raum dann wird alles desinfiziert also die achten richtig krass darauf dass wir uns nicht infizieren ja hier sind unsere klamotten für die show erwin hat auch schon sein koffer gepackt ja ich habe so zwei drei kleidungsstücke für die quarantänezeit zum gammeln und der rest schon eingepackt ich habe meine sachen noch hier weil ich nur so halbtagsjob habe in der villa halbtagsjob heißt bei den zehn stunden am tag ja so sieht es aus es tut uns auch wirklich sehr leicht dass wir euch anlügen mussten aber leider mussten wir das geheim halten ihr kennt es ist ja immer so bei so shows und wir mussten halt auch geheim halten dass wir ein paar sind weil ja die single frau das auch nicht erfahren darf nicht dass die aus versehen auf unsere kanäle geht und sieht dass er meine freundin hat und auch für die zuschauer weil die ja mitraten sollen ja okay ihr lieben ja wir werden jetzt so ein bisschen die tage hier filmen was wir machen wir werden aber auch eher so ein bisschen die ruhe genießen sind auch froh so ein bisschen ruhe zu haben das ist ganz gut und ja ja ich sag mal so wir haben jetzt donnerstag übermorgen geht's los ja also viel werden wir jetzt auch nicht hier bericht von berichten aber ab und zu melden wir uns beziehungsweise ich weil wir sind ja dann getrennt und wir müssen auch handy kamera laptop alles abgeben also wenn für nikki ab sonntag los geht ist sie den ganzen tag da und dann abends sie allein kann im prinzip gar nichts machen außer fernsehen gucken na gut ihr lieben